Hallo und herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator. Ja, hier zusammen mit dem Fabi auf der Hagenstedt-Map. Ah, hallo! Wir sind hier im finalen Erntedurchgang in Part 297. Ja, und jetzt wird fertig geerntet. Jetzt müssen wir das durchkriegen, aber ich glaube, das wird knapp. Das kriegen wir, glaube ich, nicht gut hin. Scheißegal. Auf geht's, war los. Ja, komm, hier durch den Bach. Dann soll der mal das Eck da hinten machen. Einer ist fast voll. Welche ist denn das? Drei. Machst du das? Ja. Danke. Ja, der ist das. Gut. Boah, wir sind halt echt produktiv mal. Mhm. Aber ich glaube fast, wir müssen dann hier Part 297,5 machen. Weil wir das nicht alles in einen kriegen. Komma eins, Komma zwei, Komma drei, Komma vier. Nein, ich bin nicht krank. Und so ganz so extrem muss man es nicht machen. Können wir da noch einen hinten dranhängen? Das war eh das Geilste, wie er das gemacht hat. Scheint so. Der hier hat hinten eine Anhängerkupplung. Hat der auch Licht? Ich versuch mal gleich da hinten noch einer dran zu hängen. Die nächsten sind ja alle nicht ganz so voll im Moment. Weil sie gerade alle abgeteilt werden. Ja, nee, nicht alle. Nicht alle, aber die meisten. Machen wir mal Licht an. Ah, das wird Licht. Wir haben doch am Hof doch garantiert noch einen schnelleren Traktor. Ach komm, egal. So. Steht da noch was? Hey, du hast ja mal Ding rausgenommen. Fällt mir auf. Cosplay? Ähm. Cosplay. Cosplay. Ich weiß, das ist Absicht. Ach, der kippt seitlich ab. Ne, weiter abkippen. Weiter abkippen. Hallo, auskippen. Geht doch. Kann ich da jetzt. Ah, nee, ich glaube bei dem ging das gerade nicht, dass man noch einen hinten dran hängt. Bei dem größten. Ja. Das ist das, was ich befürchte. Und. Ja, es ist auch so. Sonst hätte ich den jetzt hier dran hängen können. Aber okay, der ist ja recht groß. Ja, drin steht kein starker Traktor. Ja, fuck, einer ist 85. Ist das, ich, ah, das ist der, das ist der. Schnell hoch, schnell hoch. Oder ist das der auf Feld 1? Ich glaube, Feld 1. Mhm. Ich fahre den hier gerade zu Feld 39. Könntest du dann den auf Feld 1 abtanken? Ja, ich tue gerade auch, ähm, noch bringen. Bringen? Zum Hof? Ja. Ja, 85%. Hm. Okay. Ähm, dann mach ich das. Gleich. 95. Ah, Feld 1, Feld 1. Ja, oh, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir uns beeilen. Ja. Ah, einer wird gerade leer, sehr gut. Genau, und nimm du gerade den Turbo, der da rumsteht, und fahre den zu Feld 39. ins Eck von der Schafweide. Bist du schon drin? Ich bin bei dem 1er. Bei dem, der bei Feld 1 ist. Was soll ich jetzt machen? Den zu 39 fahren, den Turbo. Ja, du bist überall. Äh, Hilfe! Hilfe! Wohin 39? Ja, jetzt steht hier einer, der ist leer. Wo gehört der hin, zu Feld 3? Äh, ja. Okay. Gut. Der Turbo fährt aber langsam. Ja, eben, sag ich ja. Vielleicht bräuchte man da einen stärkeren Traktor. Kauf mal einen 60er. Ich hab auch irgendwo noch gute Traktoren rumstehen. Die Betonung liegt auf irgendwo. Kauf dir mal einen 60er. Ja, klar. Aus der Portokasse. Ja. Du weißt, ich bin nicht reich, okay? Plus, wenn ich 980.000 auf der hohen Kante liegen hab, heißt das nicht, dass ich das Geld zum Fenster rausschmeiß? Ey, wir sind im letzten Part, Junge. Nee, sind wir nicht. Stand das auch für der Richter, aber halt auch Kante knapp davor. So, ähm, bin bei 9, nein, 38. Ich heiße 39, ist das da oben. Nein, äh, ist doch, nein, ich achte, äh, ich meine nur das Eck. Na, da steht er da. Ja, gut. 37 wäre es gewesen. Aber der ist gar nicht so fast voll. Wer ist denn hier fast voll? Ich hab ihn schon. Der ist fast voll, aber der ist fertig. Mann. Du bist in dem drin. Warte, ich komme. Der ist fertig, ja. Ich fahr den gerade auf das Nachbarfeld. Ich tankte dort ab. Hm. Hä? Irgendeiner fährt schon und hat den... Egal. Wir kriegen das raus. Tim, immer mit der Ruhe. Hm, hm. Ja, doch, das ist der. Und ich glaub, der eine Tast auch. Also der, den muss man jetzt mal abtanken, den hier bei Feld 3. Aber der ist auch so gut wie fertig. Der darf dann auf Feld 2 weitermachen. Oder ist das der Arm so... Nein. Stopp, einer ist fertig. Ich kann's mir grad vorstellen. Ja, ich hab ihn. Feld 3 ist fertig. Ja. Ich hab dich schon geschickt. Ey, wir schaffen das vielleicht sogar. Hast du mir das schon geschickt? Du kommst da hin, hm? Ich komme. Ich komme hin. Ja. Willst du dich abtanken lassen? Hallo? Du bist jetzt... Ja, hier. Ja, okay. Dann mach ich's während der Fahrt. Warte, ich stell ihn erstmal richtig hin. Ey, hier wurde nicht richtig gedüngt. Hier wurde gar nicht gedüngt. Freilich. Ach stimmt, gegült. Ja, deiner gegült. Der, der... Ja. Werden. Ja, mein letzter Gast. Ich hab nen Namen vergessen. Rot... Nein, wer waren? Ja, weiß ich nicht mehr. Was flüsterst denn du da ständig? Was, 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 was? Tja. Ich bin halt so einer, der sich gern vor sich selbst herredet. Einer ist voll, einer ist voll. Fabian, einer ist voll. Ich bin in Panik. Gut, der, ähm... Boah, das irritiert, wenn du hier durch die ganzen Fahrzeuge springst. Hm. Cool, oder? Nee. Da weißt du jedenfalls, wo deine ganzen Fahrzeuge sind. Ach, der ist voll. Ja, wo bleibst du? Der fährt nur 39. Ach, da kommst du. Ist das süß. Gut, ähm... 5% der hier hat... Wie viel Prozent? Ah, Mann, komm. So, alle Geräte blenden wir jetzt aus. Gut. Und hast schon für morgen deine englische Aufgaben gilt. Was? Englisch Arbeit gelernt. Was? Nee. Was habt ihr für Thema? Äh, gute Frage. Cartoon analysieren. Äh, äh, was? Genau. Ein Cartoon, ein Cartoon, also einen Film analysieren. Ein Cartoon im Sinne von einer Grafik. Mehr so in Richtung Karikatur. Okay. Also Bildbeschreibung. Nein, ja, unanalyse. Okay, das hatten wir nicht. Ja. Ja. so stehen bleiben abtanken bitte der ist es sehr gut nix alles ist gut ja ich glaube nicht dass wir das hier alles in ein paar schaffen naja feld 40 noch gell das wird noch mal hart noch feld 40 wir haben die ecke hier 39 38 wir haben hier von 8 bis 8 9 22 23 31 34 29 30 10 bis 12 28 wir haben noch genug das wird nichts in dem part und ich muss mit dem mal zurück zum hof freundlich die zuschauer mehr können sie mir müssen so meine stimme mehr hören schlimm ich glaube wir sollten im nächsten part uns einfach anschweigen anschweigen kein wort miteinander reden ich denke ich weiß die gucken würden so einfach nur in ruhe folge einfach wir müssen echt mal in dann aber den spielzahn auch austrägern wenn sie sich wundern ob ihr Kopfhörer Dings kaputt ist wir sagen in die Kommentare schreibe eh wo ist der Ton und geht nicht was hat die mit dem Ton und gehen macht sie sind bestimmt lustig wenn es fertig der Alper 100 Felddingen da musst du kurz hin ich bin gerade unterwegs sind ja ich auch ich mal ziemlich zwar das hat sich prozent dank mal dem mit 100 prozent ab da komme ich gerade noch nicht hin bist du unterwegs dorthin nein weil ich gerade woanders unterwegs bin ich fahr gerade an zu abtanken weil der fertig war egal mach wie du denkst musst du halt warten scheiß auf effizienz ja die effizienz habe ich eh gerade oder wir machen jetzt einfach einen stundenpart nee nicht jetzt das würden sie sich wahrscheinlich nicht anschauen nicht jetzt oh den muss ich ab okay ich bin unterwegs zum abtanken hä bei mir ist der unsichtbar wer der zum abtanken bei 100 der Trescher ich tank den gerade schon ab falls du das meinst den 100er ja den tank ich gerade ab ich versuch's zumindest ja versuchen ist bei dir immer gut aber das bleibt halt wahrscheinlich bei versuchen ne jetzt geht's so der muss wieder zurück boah so lalalalalala wie gut ich singen kann hört mir alle zu ich bin so ein toller sänger nicht nachher so jetzt gehen wir mal hier wieder auf road zu feld 1 stürzen uns hier todesmutig den berg herunter gehen die das risiko schaden zu nehmen äh widerstandslos ein oh wir sind einfach scheiße einfach nur scheiße ja wir können's halt wir sind scheiße schaffst du nicht jup ja jetzt muss der wieder weg ah bist du schon dabei sehr gut der dreht hier sehr gut der ist bei 40% und der ist bei 64% den werde ich jetzt abtanken der fährt übrigens falsch rum auf feld 1 weil die röhre zeigt immer ja ne tut sie nicht nur immer dann wenn ich komme ich idiot okay alles ist gut das mikrofon ist nicht zum pfeifen gemacht ich weiß ich habe das hört man so gut dann wenn wir den abgetankt haben werde ich vorschlagen dass wir dann doch mal eine aufnahmepause einlegen äh ja aufnahmepause oder cut ja stopp für heute ähm ja dann würde ich sagen verabschieden wir uns mal von dieser folge mit diesem wunderschönen nachthimmel ähm wir sehen uns auf wiedersehen tschüss